Ich glaube, das kann man sogar pauschalisieren. Glück findet man wirklich in Fortschritt. Wenn du im Business besser wirst, wenn du im Gym besser wirst, wenn du persönlich besser wirst, wenn du selbst Erfolge erzielt, das ist das geilste Dopamin, das ist das geilste Glücksgefühl. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen, weil sie es einfach nicht verstanden haben. Sie sind unglücklich und sie suchen nach Glück in Dingen wie, okay, ich brauche jetzt noch diese Tasche, ich brauche jetzt noch diese Uhr, ich brauche noch das und das. Aber was du wirklich brauchst, ist ein stabiles Leben, wo du wirklich Fortschritt machst und siehst, okay, krass, ich als Person werde besser und darin findet man wirklich das langfristige, richtige Glück.